Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Payday 2 mit den beiden, die gerade schon zustimmend hier geäußert haben. Mit Jan und Marcel und mir natürlich. Ich bin schon Level gestiegen, habe jetzt sogar meine beste an, ich verkleide mal ein bisschen mehr aus und verreck mich gleich schon wieder. Hoffen wir es für dich. Aber was heißt schon wieder, ich bin ja nicht gestorben und war auch nicht inhaftiert oder so, wie vielleicht jemand in einer anderen Folge, schaut euch an. Ich weiß von nichts. Ich habe auch 190 Kills gemacht. Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Ich habe 190 Kills gemacht, ja, das war eine Leistung. Sofortsteile, ja. Also wir müssen einfach alles kaputt machen? Ja, das ist das einzige Ziel. Das ist ja fast schon spaßig. Sofortsteile, ja? Mhm. Äh, nicht direkt von Anfang an, Maske aufziehen bitte. Okay. Okay, äh, ja, dann drück ich auch mal aufbereiten. Gehen in die Mall und rauf auf, was ihr seht. Nichts gehen. Wir sind eine Aufnahme, nichts gehen. Äh, Gewohnheit, ne? So. Ziel betreten sie das Einkaufszentrum. Schaff ich das? Ach, geschafft. Schlagt alles kurz und klein. All right, let's get some. Soll ich mir auch mal so'n Ding schnappen? Äh, ja. So siehst du überall diese weiß umrandeten hier Benzinkanister, die da irgendwo noch durch die Wände sichtbar sind? Ach so, jetzt muss ich ne Maske aufziehen, ne? Na okay. Huh, ihr seid entdeckt worden. Du siehst die weiß umrandeten Benzinkanister? Ja. Äh, da musst du die hinlegen, da musst du deinen hinlegen, beziehungsweise einen. Okay. Der tickt dann halt mit dem Schaden hoch mit der Zeit, den wir verursachen, weil wir müssen dann bestimmten Schaden gemacht haben, bevor es richtig losgeht. Ja. Spaß und Freude. Okay. Bisher sind wir noch nicht alarmiert. Bisher sind wir noch nicht alarmiert. Bisher sind wir noch nicht alarmiert. Ich frage mich echt immer noch, ob man das leise machen kann. Okay, jetzt sind hier... Ja, mach's ja auch. Ich fessel trotzdem mal zwei oder so. Ja, ja. Ja, so viele fesseln wie möglich. Everybody stay down on the ground. Alter, sind das viele Ausrufezeichen. Get down! Hallo? On the ground! Hallo? Get down! Du sollst runter. Get down! Bin ich so... Angst einflößend? Ey, ich hab dir 10.000 mal zugerufen. Der in ein Fenster eingeschlagen wurde und ruft die Polizei. Weißt du... Wir haben jetzt nicht Geisel genommen, aber es war das Fenster jetzt eigentlich schon. Weiß? Malte. Bringt das überhaupt nicht so Bierflaschen, also Weinzerstör? Hm. Also du sollst jetzt vor allen Dingen erstmal dein Dings da loswerden, dein Benzinkanister. Ja, mach ich. Der hat versucht dich durch, ähm... Oh, äh, ich stell dir da drin. Das ist nicht ganz so clever, ne? Da hat sich einer versucht, durch die Wand zu erschießen. Hör mal, Jan, kannst du Tresore aufknacken? Ja. Dann komm mal hier hoch zu mir. On my way. Jetzt wollte ich grad die Abkürzung durch den brennenden Laden nehmen. Hier drin, in dem Laden. Huiiii, Tresorchen. Wir haben jetzt erstmal ein richtiges Gespräch. Oh, Laptops. Bumm, bumm. Ha! Das ist nen... ...Bieren-Apple oder sowas. Bieren-Apple. Laptop-Creative... Ne, keine Ahnung, ich hab keine Marke. Wir wollen jetzt hier keine Werbung machen. Das ist ne... Das ist ein Wort für Birne auf Englisch. Toll, ich versteck mich grad in so'n Google-Laden. Warum versteckst du dich überhaupt? Einfach umballern die Momos. Wo sind die? Wie geil das ist, wenn ich Tab drücke. Mögliche XP bei Abschluss 1.611. Level up in 31.250. Damit bin ich schon über die Hälfte. Über drei Viertel sogar. Sooo... Hast du noch anderes? Ganz viel Spaß und Freude hier. Äh, Jan, du kannst noch mal bei mir vorbeikommen. Ähm... Äh... Okay, im Jubidea. Äh, ich hab doch gar nichts gemacht! Äh, da fliegt der... ...Innen-Zivilist rein und der Zivilist stirbt. Äh, Marcel, hier ist übrigens noch ganz viel, äh... So, hier ist Munition und so. Interessant. Du weißt, wo der Dings da kommt? Der Heli? Mhm. Mhm. Wie lange bleiben wir eigentlich hier? Ja, so lange, bis der uns sagt, dass wir genügend Schaden angerichtet haben. Das klingt... Oder bis... ...feststeht, dass wir einen zu großen Schaden haben, um noch hier zu bleiben. So nachdem, Leute. Ich knack grad... Sollte noch jemand einen kleinen Tresor finden, ne? Ne, Bescheid sagen. Ich krieg übrigens grad auf die Mappe, möchte mir jemand helfen, sonst muss ich die... Ich find's auch auf... Ah, gehst du wohl runter? Gehst du wohl... Die reagieren bei mir aber ganz schlecht, die Leute. Ja, du dürftest noch so gut wie keine Bedrohung haben. Mit deiner Waffe. Ich hab ne Waffe in der Hand. Spielt das ne Rolle, ob da... Primär oder Sekundär ist, ja. Äh, natürlich primär halt, gleich in der Hand. Ja, du musst sie halt auch direkt angucken, ob wir uns... Und die Entfernung spielt auch ne Rolle. Wenn ich dann richtig... Was machst du eigentlich da? Da steht... Ich knack! Der steht direkt neben dir. Der steht direkt neben dir. Ja, ich knack den Tresor, ich wollte nicht abbrechen. Der Tresor ist leer, ernsthaft. Oh, wir sind gleich durch. Oh mein Gott. Hat noch jemand nen Save gefunden, oder war's das mit denen? Ne. Ich geh nur noch eben des Juwelierzeugs holen. Oh, oh, oh! Alter Schwede! Die verstecken sich... Im Kosmetikladen. Aha, das sind aber nette Polizisten. Äh, ich hab glaub ich grad einen Sniper. Äh... Ja, der ist tot. Danke. Ziel ist was für Langeweiler. Okay. Wär auch zu. Ich lieg unten. Ja, ich weiß. Ich bin auf dem Weg. Ich kümmere mich um den Yoshi. Hier sind ein paar Leute, die stehen hier rum. Du kannst die ja abknallen. Du hast noch ne Waffe, oder? Wahrscheinlich nicht mehr. Ja. Okay. Du hast wahrscheinlich genug gefressen damit nicht mehr. Danke. Ernsthaft? Von wo? Sniper. Ab ihn. So verstecken sich die ganze Zeit in Kosmetikladen. Die müssen halt irgendwann auch... Ich finde das interessant. Die verbinden halt Freizeiten mit der Arbeit. Meine Brasse, ey. Vollio. Gib kein Friendly-Fire. Also, ohne da... Nein, 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 nein. Ich helfe dir ja schon, Yoshi, ich kann das einsehen, Gott sei Dank. Wäre trotzdem geil, wenn du mal nach oben kommen könntest, weil da werden wir abgeholt. Ich nehm dir Feuerschutz, also. Guck dir mal meine Power an. Oh, diese Geisel. Wir sollen die Taschen mitnehmen, die da sind, oder? Nein, die bleiben da liegen. Ich schieße auf ne Blume, ey. Wie sind frei war das denn jetzt? Oh! Ich hab einen Abgang gemacht. Da links an dem Laden, ey. Nee, Seel ist getötet. Schon wieder. Das tut mir sehr leid, war keine Absicht. Flucht ist möglich, Leute. Ander. Oh, Sniper. Hab ich. Jeder nimmt sich ne Back und, äh... Ja, kann losgehen. Gut. Das war's schon? Ja. Jo. Das war die komplette Mission. Das ist ja fast zu... Das ist ja ne schnelle gewesen, noch ein Eintrag. Ja, sehr schnell, ne? Ja. Ja. Am meisten Aussage fähig gesetzt. Wuhu. 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 Dann, äh, danke ich fürs Zuschauen mal wieder. Und, äh, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Ja, ich wollte grad sagen, Jan, wenn du dich nicht verabschiedet hättest, ne? Be-be-be-be-be! Wuhu. Wuhu.